Das Bündnis 90 war ein Zusammenschluss von Bürgerbewegungen und Oppositionsgruppen in der DDR, der während der Zeit der Wende und friedlichen Revolution entstand. Geschichte Am 7. Februar 1990 beschlossen das neue Forum Die Initiative Frieden und Menschenrechte und Demokratie Jetzt die Bildung der Listenvereinigung Bündnis 90 für die Wahl zur Volkskammer Bei der folgenden ersten und letzten freien Volkskammerwahl der DDR am 18. März 1990 erzielte das Wahlbündnis 2,9% der Stimmen und damit 12 Mandate. Sein weitaus bestes Ergebnis erzielte Bündnis 90 im Bezirk Berlin mit 6,3% In den übrigen Bezirken streuten die Ergebnisse zwischen 1,6% im Bezirk Neubrandenburg und 3,8% im Bezirk Potsdam. Mit den acht Abgeordneten der Grünen Partei in der DDR bildeten sie zusammen die Fraktion Bündnis 90 Grüne. Bei den ostdeutschen Landtagswahlen am 14. Oktober 1990 erreichten unterschiedlich zusammengesetzte Wahlbündnisse den Einzug in alle Landtage außer in Mecklenburg-Vorpommern, wo sich das neue Forum nicht an dem Wahlbündnis beteiligte. In Brandenburg waren die drei Bürgerbewegungen des Bündnis 90 allein angetreten. In den anderen Ländern waren auch die Grünen an den erfolgreichen Wahlbündnissen beteiligt. In Brandenburg war Bündnis 90 von 1990 bis 1994 an der Ampelkoalition einer Regierung gemeinsam mit SPD und FDP beteiligt. Bei den zwölf Bundestagswahlen am 2. Dezember 1990 den ersten im wiedervereinigten Deutschland stimmten 6,1% der Wähler im Wahlgebiet Ost mit ihrer Zweitstimme für die Listenvereinigung Bündnis 90 Grüne Bürgerinnenbewegung, die mit acht ostdeutschen Abgeordneten in den Deutschen Bundestag einzog. Klaus-Dieter Feige, Ingrid Köppe, Gerd Poppe, Christina Schenk, Werner Schulz, Wolfgang Ullmann, Konrad Weiß und Vera Wollenberger. Werner Schulz übernahm die Funktion des Sprechers der Bundestagsgruppe, die er die gesamte Legislaturperiode innehatte. Ihr westdeutscher Partner, die Grünen, verfehlte den Einzug ins Parlament. Am 21. September 1991 gründete sich die Partei Bündnis 90, in dem sich Teile des neuen Forums Demokratie jetzt und die Initiative Frieden und Menschenrechte vereinigten. Am 14. Mai 1993 erfolgte dann der Zusammenschluss mit der bereits seit Ende 1990 gesamtdeutschen Partei die Grünen zur Partei Bündnis 90 die Grünen. Ein Teil des Brandenburger Landesverbandes plädierte gegen einen Zusammenschluss mit den Grünen, darunter Matthias Platzeck, Günther Nug, Ute Platzeck, Peter Schüler, Manfred Krutschek und Gerd Gebhardt. Diese konnten sich aber nicht durchsetzen und gründeten das Bürgerbündnis mit Günther Nug, Matthias Platzeck und Wolfgang Pohl an der Spitze. Die Partei Bündnis 90 die Grünen in Sachsen entstand bereits am 27. September 1991, eineinhalb Jahre vor dem Zusammenschluss auf Bundesebene. Siehe auch politische Parteien in Deutschland. idoe 2 2 4 4 3 7 4 7 4 n 4 7 4 3 5 7 3 7 4